Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ich will kein Glück. Was war das da? 2x Games war das, ne? Da will ich es wieso gleich wieder ablosen. Ach, scheißegal, Mist. Ein Helm. Nach unten auch. Holzschweb freut mich nicht. Nur angekriegt vielleicht gebrauchen. Ne. Das gleiche ist so, oder? Du wirst schon totschworn? Ach je. Okay. Heile, Prost. Bei mir ist hier keine Sau. Ich bin ganz allein. Aber ich will auch bei dir was kaufen. Auch noch Pfeile. Oh, hier ist einer gestorben. Ah. Na gut, ich bin auch tot. Aber eine kurze schnelle Runde. Wollen wir auch eine gleich hinten reinsetzen? Ja. Flasho. So. Okay. Warte. Jupp. Gut, dann hauen wir nochmal schnell rein. Gut, dann. Da ist einer. Da ist eine Kiste. Da ist ein Schwert oben und Futter. Neue Kiste. Pyramid. Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Ja, ich habe ihn gekriegt. Das war mein erster Kind. Na gut, okay. Jetzt bin ich auch tot. Du auch tot? Na gut, das war ein Schwert. Eine schnelle Runde. Oder zwei schnelle Runden. Und ich sag mal. Da war es für heute. Wir sind müde wie ein Kirmes. Genau, wir sind müde wie ein Kirmes. Für die Leute, die das nicht kennen. Da sind sehr viel Fahrgeschäfte. Ein Volksfest. Ein Volksfest. In Sauerland. Tschut, okay. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschut.